Die klugen Bürger von Schilder beschlossen aus guten Gründen, sich fortan dumm zu stellen. Nur der Lehrer hatte Bedenken. Wer sich lange genug dumm stellt, wird dumm. Die Bürger lachten ihn aus. Seht ihr, sagte er, es hat schon angefangen. Und so wurden die Schildbürger bis an ihr Lebensende dumm und dümmer. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Bernd Gems, ich bin Ingenieur und Wirtschaftspsychologe, beides mit wissenschaftlichem Abschluss. In diesen beiden Fachgebieten bin ich als technischer und wirtschaftspsychologischer Fachberater, Trainer, Coach und Dienstleister für einzelne Menschen und Gruppen selbstständig tätig. Die neurowissenschaftliche Forschung gibt dem Lehrer Recht. Was im Gehirn nicht genutzt wird, löst sich nach und nach auf. Von Intelligenz bleibt nur der Glaube übrig, intelligent zu sein. Lernfähigkeit verkümmert zu dem Satz, ja aber, ich lerne doch täglich dazu. Nein, was uns das Leben vor die Füße wirft, ist kein Ersatz für Aus- und Weiterbildung. Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag 20 oder 80 sein. Dieses Zitat von Henry Ford wird auch von den Neurowissenschaften gestützt. Demenz trifft Menschen mit mentalen Reserven, wie sie beim Lernen entstehen, kaum. Und als wäre das noch nicht genug, gilt Lernfähigkeit heute als der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die meisten Vorstellungen eines guten, erfolgreichen, erfüllten, langen und glücklichen Lebens. Wir wissen aus der Sozialforschung, Bildung und ein gelingendes Leben hängen zusammen. Zu spät ist es dabei nie. Wer im Alter von 70 lernt, Konflikte aus der Vergangenheit aufzulösen und sei es alleine mit sich selbst, wird ein besseres Restleben haben als ohne diesen Lernerfolg. Gute Argumente für echtes, lebenslanges Lernen gibt es wie Sand in den Wüsten. Warum stürzen die meisten von uns sich also nicht, begeistert auf die tausend Vokabelkärtchen der Sprache, die schon immer lernen zu wollen, sie behaupten? Warum fallen uns schlagartig so viele andere, total wichtige Dinge ein, die dringend erledigt gehören, sobald wir mit dem Lernen anfangen könnten? Wenn wir uns frisch verlieben, haben wir doch auch auf einmal Zeit. Wer ist der große Gegenspieler von Lernen? Schauen wir uns dazu die Zeit an, als wir noch am Möben waren. Es haben diejenigen Arten überlebt, die gut im Energiesparen waren. Evolution funktioniert wie das Züchten von Getreidesorten. Bevorzugte Merkmale werden stärker. Viel Energie futtern, wenig verbrauchen, heißt unsere Devise. Deren Ergebnisse wir täglich auf der Straße sehen können. Bei der Jacobs University in Bremen wurde gezeigt, dass das menschliche Gehirn im Ruhemodus rund 20% des Körperenergieverbrauchs ausmacht und das intensives Denken, wie es echtes Lernen nun einmal ist, diesen Wert auf bis zu 90% ansteigen lässt. Der Möbel in uns passt das so gar nicht in den Kram. Jedes Neuron, jedes Neuron in uns drängt zum Energiesparen und damit zur Denkvermeidung. Sie begegnen Ihrer persönlichen Möbel in dem Moment, in dem Sie sich vor Ihr Paukthema setzen. Zumindest, wenn Sie zur Mehrheit gehören. Es ist gerade die Neuvernetzung von Neuronen im Gehirn, was Energie braucht. Lernen ist Neuvernetzung. Es kann also keine einfachen Tricks geben, die echtes Lernen anstrengungsfrei werden lassen. Im Gegenteil, wenn es anstrengungsfrei läuft, ist im Sinne unseres Lernthemas nichts Nennenswertes gelernt. Es sei denn, Sie gehören zu den eher wenigen Menschen, deren Wachstumsmotiv stark ausgeprägt ist. Dann lösen Lerngelegenheiten reflexhaft Lernlust aus. Oder, fachlich formuliert, Lerngelegenheiten aktivieren das Wachstumsmotiv positiv. Motive sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass ausgelöste Handlungen anstrengungsfrei ablaufen. Sie nutzen sich nicht ab, können jederzeit frisch loslegen. Auch das Denkvermeidungsmotiv kann jederzeit aktiviert werden. Eine Lerngelegenheit reicht dazu völlig aus. Nur führt es zum genauen Gegenteil der Wirkung des Wachstumsmotivs. Wir wenden uns mit Grauen vom Lernen ab. Wir kennen etwa acht solcher Basismotive des Menschen. Wenn Sie oder Ihre Schützlinge nicht das Glück haben, über ein starkes Wachstumsmotiv zu verfügen, müssen wir halt die anderen sieben so stark für das Lernen aktivieren, dass die Denkvermeidung in den Hintergrund tritt. Wie das geht, ist für jeden Menschen anders. Was ich jetzt am Beispiel Werte zeigen möchte. Nehmen wir an, ein Mensch verwendet häufiger Worte wie schlau, dumm, klug, intelligent, wenn er von Menschen und Situationen berichtet. Wir können dann vermuten, dass Intelligenz ihm wichtig ist. Intelligenz könnte ein Wert dieses Menschen sein. Werte wiederum leiten Handlungen. Wenn dieser Mensch sich also anstatt Ich muss oder will Englisch lernen, sagt Ich werde dauerhaft klüger, steigt die Neigung anzufangen und das Durchhalten wird leichter. Wir bewerten uns selbst auch unbewusst danach, wie gut wir unsere Werte leben. Werte aktivieren so das Selbstwertmotiv, was der eigentliche Treiber unseres Handelns auf Basis von Werten ist. Jetzt kurz einige Standardwerte. Drücken Sie die Pausentaste zum Lesen. Wenn wir also 30 Werte und 8 Motive haben, ergibt das schon 240 Chancen, sich und andere zu motivieren. Weitere Wirkungsfaktoren des Motivierens aus dem Gebiet der Lärmpsychologie haben so blumige Namen wie mentales Kontrastieren, Ziele, Lernpläne, Potenziale, Initiation of Implementation, Fragetechniken, natürlich gemeinsam mit qualifiziertem Zuhören, die Big Five, 30 Meter Programme wie Lage versus Handlungsorientierung oder auch die 5 Dimensionen einer Mitteilung, um nur einige zu nennen. Je nachdem, worum es geht, können wir natürlich auch die ganzen anderen Fachgebiete der Psychologie hinzuziehen. Sie alle taugen für einzelne Menschen, Teams und Gruppen, egal ob für Schule, Firma oder in der Erwachsenenbildung. Auch innere Haltungen lassen sich lernen. Grundsätzlich folgen auch Themen wie mit dem Rauchen aufhören, Schlag und fit werden oder auch gekonnte Personalführung den Motiven. Immer geht es darum, Motive so zu aktivieren, dass sie in gewünschter Weise in Handlungen münden. Dann und nur dann entsteht echte Lernmotivation oder auch Veränderungsmotivation als entspannter Selbstläufer. Eine Vorstellung davon, wie wir Fachpsychologen so etwas ganz praktisch mit unseren Klienten machen, erhalten Sie hier bei YouTube durch das Coaching-Gesprächsbeispiel auf meinem Kanal Axios Dr. Genz. Auf diese Weise unterstütze ich Sie dabei, selbst lernen zu lernen und, wenn Sie das wollen, auch lernen zu lehren. Kann man übrigens Team- und Innovationsfähigkeit lernen? Die Antwort finden Sie in einem Video. Hier kommt jetzt noch die obligatorische Warnung. So dann der Abspann. Drücken Sie zum Lesen die Pausentaste. Den Text dieses Videos finden Sie auf meiner Webseite. In Teil 2 geht es um Lernmethoden und Techniken. Wie zum Beispiel spannen wir die sogenannte Verarbeitungstiefe vor unseren Lernkarren. Denken Sie daran. Einbildung verhindert Ausbildung. Ausbildung verhindert Einbildung. Ihnen Dank fürs Zuschauen, Liken und Abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Bis bald, Ihr Bernd Gems von axirus.de aus Freiburg im Breisgau. Bis bald. Bis bald, yağier. Bis bald,Jim aircraft. Vielen Dank.